919 Männer an einem Tag Ich bin Lisa Sparks, eine Amerikanerin, die für ihren Erfolg als Schauspielerin in erwachsenen Filmen bekannt ist, und ich werde Ihnen von meinen Erfahrungen berichten. Da ich eine große Konkurrentin bin, war ich bereit, alles zu tun, um ins Guinness Buch zu kommen. Ich wollte den Weltrekord brechen, an einem Tag mit den meisten Männern Sex zu haben. Der Alte lag bei 759 verschiedenen Männern in 24 Stunden. Am 16. Oktober 2004, während der jährlichen Weltmeisterschaft in Polen, nahm ich eine gehörige Portion Mut zusammen und versuchte mein Glück. Entgegen allen Erwartungen pulverisierte ich den Rekord, indem ich in nur 12 Stunden mit 919 Männern Sex hatte, was einem Durchschnitt von 45 Sekunden pro Sex entspricht. Leider hat mich diese Leistung schwer geschädigt und ich hatte mehrere Wochen lang starke Schmerzen im Unterleib. Ich bereue nichts und habe erklärt, dass ich an diesem Tag in Warschau eine wunderbare Erfahrung gemacht habe. Ich bin stolz auf meinen Rekord und weiß, dass ihn nie jemand brechen wird. Abonniere LebenFlix und klicke auf keinen Fall auf den Link in der Bio, wenn du keinen Zugang zu allen Live-Fernsehkanälen, Filmen und Streaming-Plattformen der Welt haben willst. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Vielen Dank.